Das eronische Wurzelziehen klappt letztlich natürlich auch für die dritte Wurzel. Ich muss also hier ein Volumen betrachten, das Volumen eines, naja, letztlich ist noch ein Quader, auch wenn es hier schon fast wie ein Würfel ausschaut. Ich suche mir aus die dritte Wurzel aus 25, versuche noch festzustellen, wo ich da am besten starten werde. Na ja, 2 hoch 3 liefert mir 8, 3 hoch 3 liefert mir 27. Ich gehe davon aus, dass ich bei 2,9 hier gut starten kann. Also hier der 8er, hier der 27er und 2,9 wird wohl hoch 3 in der Nähe des 25ers liegen. Ich trage also in den Würfel sozusagen mein Volumen 25 hier ein. Was weiß ich? Also Würfel, Quader eigentlich natürlich noch. Was weiß ich? Die beiden Seiten hier vorne habe ich jetzt jeweils mit meinem Startwert x sozusagen beschriftet. Ich werde aber hier lieber die konkrete Zahl nehmen. Also 2,9 und 2,9. Die Frage ist, was mache ich dann mit der dritten Seite, damit mein Volumen hier zustande kommt? Na ja, gar nicht so schlimm. Das Volumen ist ja 25 und damit ich hier die dritte Seite so gestalte, dass das Volumen wirklich 25 ergibt, dividiere ich hier durch 2,9 hoch 2, also sozusagen durch die Grundfläche. Denn 2,9 zum Quadrat mal 25 durch 2,9 zum Quadrat, sehen wir schon, wird hier natürlich wieder das Volumen 25 ergeben. So, wie gesagt, mein x1 wähle ich hier als Startwert und das ist tatsächlich 2,9. Wie kann ich jetzt eine Überlegung anstellen, dass diese drei Seiten, na ja, letztlich möglichst gleich groß werden, damit ich also tatsächlich die Kubikwurzel aus 25 erziehe? Nun ja, schauen wir mal. Grundsätzlich müssten also 2,9 plus 2,9 plus 25 durch 2,9 zum Quadrat, wenn ich sie ins arithmetische Mittel nehme, sich gut wieder annähern an einen gleichbleibenden Wert hier. Das arithmetische Mittel natürlich hier ein Drittel mal die ganze Geschichte. Ich könnte natürlich auch notieren, ein Drittel mal 2 mal 2,9 plus 25 durch 2,9 zum Quadrat. Na ja, schauen wir mal, welchen Wert wir hier bekommen. Wenn ich das zugegebenermaßen hier eintippe, das könnte man gerade noch so händisch auch ausrechnen, ist schon klar, so erhalte ich 2,92422. Und wenn ich diese Zahl ins Quadrat, wollte ich schon sagen, wenn ich diese Zahl hoch 3 nehme, 2,92422 hoch 3, so erhalte ich bereits eine Zahl, die recht nahe am 25er ist, 25,0052. Na, gar nicht so schlecht, damit könnte man sich womöglich schon zufrieden geben, wenn man nicht 5 Nachkommastellen hier haben möchte, sondern vielleicht nur 3. Ich werde mich jeweils auf 5 Nachkommastellen hier beschränken. Das x3 könnte ich schon auf ähnliche Art und Weise herstellen, also ein Drittel mal diese 2,92422 plus, nein, mal 2 natürlich, plus 25 durch 2,92422 im Quadrat. Und wenn ich das ausrechne, so erhalte ich 2,92402. Wiederum 5 Nachkommastellen, mehr möchte ich hier jetzt gar nicht haben. Könnte man natürlich, indem man noch einige Durchgänge hier durchführt. Aber 2,92402 hoch 3 liefert mir bereits 25,0001. Das heißt natürlich, dass wenn ich hier noch mehrere Durchgänge durchführe, mehr Nachkommastellen hier gerne hätte, so wird es ohne weiteres gelingen. Wie könnte ich hier nun eine allgemeine Darstellung anführen? Ich könnte hier meinen xn plus 1 ist gleich ein Drittel mal 2 mal xn plus, ich beschrifte diesen 25 ja hier mit klein v, plus v durch xn hoch 2. Und so könnte ich letztlich auch die dritte Wurzel aus einer Zahl recht problemlos mit Hilfe dieses heronschen oder babylonischen Wurzelziehens bestimmen. Letztlich beliebig genau, ich beschränke mich wie gesagt hier auf 5 Nachkommastellen. Nachkommastellen.